So, schauen wir, wer erwischt den besten Start vom Land aus. Er hat aber schon kräftig gebremt. Es ist Elias Wiebel. Er ist von der 8. aus gegangen. Ja, wie Marius Longberg machte das. Und auch Position Nummer 1 nach der ersten Gerade. Das war der Fahrer aus Ingolstadt. Das war Elias Felken. Aber vorne meiner hin. Der andere Elias, der Elias Wiebel aus Karlsruhe. So geht es in die letzte Kurve. Platz 9 in dieser U13 Männlich. Den wird sich der Fahrer aus Karlsruhe sichern. Den wird sich Elias Wiebel sichern. Platz Nummer 10. Der geht an Elias Felken.